Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Wieder mit Teams. Wir spielen wieder mit Teams. Und der hat wieder eine große Fresse. Vier Rennen heute, Bram. Krass. Ehrlich jetzt? Äh, ach komm. Ehrlich jetzt. Jace-Sound draufgegen. Was war das denn nochmal? Hoppala. Ja, hoppala, hoppala. Das tut mir leid. Äh, da muss ich mich für entschuldigen. Ähm... Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, komm. Achso, im Hintergrund läuft mein Fernseher. Deswegen wird's hier so warm drin, weil die Glotze an ist. Wieso ist denn dein Fernseher an? Weil meine Switch sonst nicht angeht. Achso, ja stimmt. Und wenn ich den Fernseher jetzt ausmache, gehe ich Switch aus. Das ist ja verrückt. Ja, ist crazy hier. Und der Fernseher, der macht halt Zimmer halt noch wärmer als die ganzen Lampen ohne PC und alles. Hast du noch so einen geilen Röhrenfernseher, ne? Ja, genau. Mit so fetten Kondensatoren und so. Ja, ich hab mir erst mal zwei 4K-Fernseher geholt. Der mit so 8K hast. Der mit Wärmer ist im Raum. Okay, ich bin letzter. Tschüss. Wer ist überhaupt in meiner Gang? Wir sind in der zweiten Kurve, Peterchen. Oh, was war das denn? Das war ich. Ich bin letzter. Christian und Sepp ist meine Gang, oder? Naja, die rote war's nicht. Ja, ich bin in deiner Gang. Ach stimmt, wir spielen einen Teams. Ich frage mich auch, aber das war meine rote. Äh, wer ist noch rot? Ey, Christian! Danke für die Woche. Nein, der hat die Items noch ausgesucht und ich dachte mir, komm, dann mach schneller. Und dann hat der aber schon ausgesucht und dann hat er die Bombe weggelegt. Oh nein, die Bombe hat mich jetzt komplett rausgebracht. Scheiße. Das war echt keine Absicht. Kommt Jürgen, sie machen das. Hau den weg. Komm schon, ey, hau den weg. Welchem Team ist Bram denn? Gegner dann. Gegner. Als wenn Sepp bei mir ist. Das kann doch gar nicht. Bram hat gesagt, komm jetzt Sepp. Nein, er ist aber bei uns Sepp. Ey, er wollte mich machen. Irgendwer ist hier Traitor. Das kann alles nicht stören. Geh doch weg, ey. Ich bin wieder da. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber ich habe auch nichts. Alles gut. Pflanze, wo bist denn du? Da geht die weg. Ich kann das Item auch nicht weglegen, Dalu. Ja, Pflanze ist Kacke. Dann hört die genau vor uns auf, Peter, ey. Wow. Pflanze ist Kacke. 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 Das war auch wundervoll, weil ich vergesse mal, wehe ich jetzt her. Pflanze ist Kacke. Das war jetzt der Sonnenflughafen, ne? Ja, so hieß die Map, weiß ich genau. Pflanze ist Kacke. 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 Irgendwer ist in meine Banane reingefahren, es tut mir leid, es war keine Absicht. Los Christian, wir sind alle hinten. Ja, läuft bei uns, ne? Ja. Ah kacke, der Boomerang hat mich getroffen im Flug. Ja, du warst schneller als der Boomerang. Flugzeug! Leute, wo kommt das Flugzeug hier? Hä, ich kriege das Flugzeug nicht anders. Wieso bekomme ich denn jetzt hier... Wer ist das? Ich hab meine Banane verloren, aber du bist weiter gefahren. Ja, weil ich auch meine Rote verloren habe, sonst items haben getradet. Wo kommt ein Zepter auf einmal wieder her? Ja, gut. Was passiert jetzt, wenn ich eine Rote wegschieße? Zep, tschüss. Müsst du dir an mir vorbeifahren einfach. Aua. Nix, Zep. Behalts sie, ja. Behalts sie einfach. Hab ich grad Jay mit dem Roten getroffen? Nein. Haben wir uns jetzt beide mit der Scheiß-Fraise-Maschine weggemacht? Ja. Aber... Aua! Oh mein Gott. Guck mal, die werden immer wieder abgeschaut. Echt, die Rote hat echt einen getroffen. Boah, ich hab ein bisschen gegammelt, ey. Mir wurde eine Tröte geklaut, aber es bringt denen da hinten auch nichts. Wie wurde denn eine Tröte geklaut? Geist. Achso. Ich dachte, du musstest dich einsetzen. Ich dachte, du musstest dich für irgendwas hier. Die blockiert dich jetzt total. Achso, ja, ja. Schon wieder ein Geist. Jetzt wurden wir eine Tröte geklaut. Aber guck mal, weil wir vorne sind. Kann ich mal eine blaue Watt machen? Jetzt hast du's getriggert. Kann ich mal eine blaue Watt machen. Nicht mal zwei. Ja, das trifft mich ja nicht. Ich hab drei abgeschossen. Achso. Moment, mich auch nicht. Mir wurde schon wieder eine Bombe geklaut. Jetzt von dem Geist. Hätten ihr euch beide nicht getroffen gewonnen? Ach und Jay hat jetzt... Ne. What the fuck? Eh, man läuft ja falsch gerade. Sehr gut, Christian. 12 Points. Yes. Knochentrocken freut sich auch gerade ein Loch in Knochen. Ich kümmere mich um die Jungs da hinten. Das war auch gut. Die kamen halt auch nicht mehr ran. Nee, kamen wir echt nicht. Ja, wenn die Roten nicht mal bei euch ankommen. Dann machst du ja nix, oder Peter? War das nicht auch so, dass die Roten manchmal zu langsam sind? Jaja. Dass man schneller fährt? Das war doch vorher auch nicht so, oder? Auf einer Graden holen sie dich ein und sobald du in eine Kurve gehst, bremsen die. Ich hab schon meine eigenen Roten überholt. Auf Video. Das ist auch echt ein Kunststück, find ich. Das Spiel ist halt noch in der Alpha, ne? Deswegen auch mal ein bisschen Rücksicht. Als wenn das irgendwann nochmal gepatcht wird. Mario Kart ist eine ganz neue Engine. Ja. Als wenn das nochmal gepatcht wird. Sieht doch schön aus hier. Ja, schöner ist es. Da kann man... Ja. Und die Fähnchen. Und die Fähnchen. Allein dafür hätte ich's schon gekauft. Und die Fähnchen nicht vergessen, da ist es noch und es gibt keinen Windschatten. Doch jetzt gibt es noch mehr Windschatten. Also mit solchen Fähnchen kannst du nix falsch machen. Okay, bei mir hab ich Dado gekillt. Ich weiß nicht, ob ich Dado wirklich gekillt habe, aber bei mir hab ich ihn gekillt. Nein, du hast mich getroffen. Oh Gott. Oh Gott, Bram. Nein! Nein! Ich bin grad erst noch drüber. Scheiße. Komm schon. Okay, ich hab ne Bombe. Okay. Alles gut. Ich konnte aber nicht spielen, Peter. Koexistenz, ja. Oh Gott, da ist jemand mit Bananos! Ja, ich! Los Hermanes? Wir haben die ganze Zeit so ne Scheißbombe. Was mach ich denn damit? Soll ich einfach... Soll ich die roten? Ey, überhol mich mal schnell. Gibt's die aber da hinten? Ja, hab ich jetzt auch gemacht. Ich bin die Bombe losgeworden. Fuck. Richtig nice genug. Als vorletzter krieg ich nen Bumerang, ey. Ich... Oh... Wie kann mich schon wieder eine Bombe so aus dem Game nehmen, ey? Alter, ich dachte grad, ich flieg raus, dann erst mal die rote haben. Das war Panik! Panik! Das war echt so. Wenn wir dazu halten, dann ist das schon ganz schön sexy. Fuck Fehler! Oh nein! Manchmal bin ich die Scheiße. Oh, jetzt wicken die mich. Oh, Fram. Fuck Boys! Oh Gott, deine Banane ist so schmackhaft. Das sieht nicht. Bullshit nur heute, ey. Aber sie sieht so lecker aus! Der hat sie nicht gegessen. Nein! 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 Was mach ich denn? Was mach ich denn? Ich bin links, rechts. Was ist denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin da gegambled und darauf gesetzt, dass ich was schneller machen kriege ich. Egal, Jam. Das darf nicht wahr sein, ey, da kriege ich halt nichts. Das ist die letzte Runde oder kommt noch einer? Es kommt noch einer. Ja. Alles wirklich. Alles wirklich, finde ich. Aber wir haben nicht so viel verloren gerade. Wenn ihr erste, zweiter, dritter gewonnen hättet. Ich finde es echt gut, dass unser Team da so entgegenhalten kann. Nein. Hättet ihr nicht. Okay. Jetzt wird es natürlich wichtig. Die gleiche Strecke nochmal. Nein. Ja, ich weiß. Das ist so aus dem Augenblinken. Da ist mein Fernseher. Das ist immer so verwirrend, ey. Ich denke mal, da ist er immer mehr. Okay. Big Blutpeter. Machen wir. Ja, okay. Und Jay auch. Jay auch. Junge! Als ob das zu früh war. Deiner war da. Scheiße. Ich hab mich nicht mehr gedacht. Jawoll! Jawoll, Junge! Fehlstand für unser Team. Wieso ist Sepp erster? Ja, das ist jetzt. Das ist jetzt. Sepp ist ein Noob, der kann nix. Alter, die Rot hat nicht so safe getroffen, ne? Die habe ich bei mir abgewehrt mit einem grünen. Nein! Welcher Chabu war's? Ja, hallo. Oh, nee. Wollte ich nicht auf mir sitzen. Oh, Peter. Ich versuch's jetzt, Christian, ne? Ja, aber ich wusste ja, dass Jay von mir hinter mir ist. Die große Abkürzung. Hau! Okay, das klappt. Ich bin voll. Ja, dann es klappt. Oh, da du hast geklappt alles. Heather what? Nice. Ja, du kannst halt die Kurve überspringen, wenn du genug Speed hast. Alles klar. trashisch. Leute, ich habe Peter Ausversee getroffen. Scheiße. Ich bin hier nicht hinterins zugegeben. Ich wollte grad sagen, ist ja alles gut. Ja, aber dadurch bin ich auch runtergefallen, das war die Bomge mit Peter kriegt die Rakete. Ja, genau. Jaaa. Ja okay. Lab hab ich auch. Okay, ist Feder wieder drin. Komm ich muss nur Erster werden. Reicht schon. Oh, da kommt eine Runde! Das ist nicht gut! Ich hab's versaut. Haben wir! Haben wir, boys! Jetzt gibt Gas! Jetzt gibt Gas! Komm! Oh man, ist hier da! Das reicht ja auch. Nein! Sicher reicht halt. Nein, 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 nein. Jetzt sind wir zwei Pünktchen. Ihr müsstet, glaub ich, zwei Punkte vorne sein, oder? Ja! Halt einfach mal die Leute... Nice Team! Nice! Ich war nicht so gut. Aber nice! Ach, war aber knapp. Na da, du kannst nix. Ja, aber knapp. War doch gut. Ist klar. Von daher... Nächstes Mal gewinnen wir. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! 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 Tschüss. овать... Tschüss! Tschüss!